Oh mein Gott, sie haben den neuen RPG-Maker Unite angekündigt und er soll noch dieses Jahr veröffentlicht werden, 2022. Das wird mega spannend und er basiert auf der Unity Engine. Okay, damit habe ich nun wirklich gar nicht gerechnet. Die Überraschung war bei mir sehr groß und ich denke mal bei dem einen oder anderen von euch auch. Aber okay, Spaß beiseite, Konzentration. Wir schauen uns zuallererst die Screenshots an und dann gehen wir die anderen Sachen durch, die noch bekannt sind. So, gucken wir uns mal die Screenshots an. Da sieht man erstmal die Benutzeroberfläche, sieht sehr nach Unity Engine aus. Alles jetzt auf Japanisch, so weitestgehend ein paar englische Begriffe reingewürfelt, aber im Großen und Ganzen alles auf Japanisch. Ich habe es mal durch einen Google-Übersetzer gejagt, das Bild, habe aber dabei nichts sonderlich groß Interessantes entdeckt. Hier hat man die ganzen Kachelsets, A, B, C, D, E, F, G. Ich denke mal, vielleicht kann man noch ein paar mehr hinzufügen oder ein paar halt weniger, je nachdem wie man es braucht. Vielleicht über die drei Punkte hier, ich habe keine Ahnung. Und hier kann man dann die Kollisionen einstellen, wenn ich das richtig übersetzt habe, beziehungsweise Google das richtig übersetzt hat. Dann hat man hier die Maps. Ganz normal, wie man es kennt, das Ganze, mehr oder weniger. Und hier waren noch ein paar Einstellungen, mit denen ich jetzt nicht so viel anfangen kann. Aber da wird sicherlich noch viel erklärt. So, dann haben wir hier drei Tabs. Map, Outline und Event. Da kann ich nicht wirklich viel mit anfangen, mit Outline. Tatsächlich, vielleicht hat da einer von euch eine Idee, schreibt es in die Kommentare. Map und Event ist eigentlich ziemlich klar. Da braucht man nicht drüber reden. Outline kann ich gerade wirklich tatsächlich einfach nicht wirklich mir was darunter vorstellen. Bei Map hat man hier so noch an dieser Stelle die Möglichkeit, die Ebenen zu wechseln, wie das beim RPG Maker MZ der Fall ist. Oder beim RPG Maker XP zumindest scheint es so zu sein, weil hier steht Ebenen und dann hier automatisch daneben, auf Japanisch natürlich. Also wird es wahrscheinlich mehrere Ebenen geben. Das finde ich schon mal sehr gut. Gut, gehen wir auf den nächsten Screenshot. Auf dem habe ich jetzt nichts weiter entdeckt. Auf dem nächsten Screenshot sieht man schon deutlich besser die Grafik des RPG Maker Unite. Unite, nicht Unity, Unite. RPG Maker Unite. Das Ganze sieht eher aus wie vorgerennerte Grafik, wie man es aus Final Fantasy VII etc. kennt. PlayStation 1 Ära. Sieht halt nicht schön aus. In meinen Augen, wenn das jemand anderes sieht, okay. Ja, schön. Ich finde, es sieht einfach nicht schön aus. Und ich hoffe, dass das nicht der finale Status ist und wir da ein bisschen schönere Texturen bekommen. Vor allem bei den Dächern finde ich die Texturen doch etwas unschön. Und auch so sieht das Ganze irgendwie merkwürdig aus. Aber ihr wisst, denke ich mal, was ich meine. Was ich aber allerdings schön finde, die Dynamik. Wenn man hier sieht, die Übergänge zwischen den verschiedenen Farben und auch die Steine, die hier liegen. Und auch der Weg an sich. Das sieht sehr dynamisch aus. Und wenn das so direkt im Maker machbar ist, dann finde ich das super. Auch hier die Erhöhung und so. Das sieht alles sehr dynamisch aus. Sieht nicht aus wie in Kacheln gegossen. Das finde ich sehr, sehr schön. Das ist wirklich etwas, was mir gefällt. Aber die Häuser etc. Ja, gut, sprechen wir nicht drüber. Sprechen wir nicht drüber. Hoffentlich wird das noch ein bisschen überarbeitet. So, hier sieht man das Ganze nochmal ziemlich deutlich. Das ist wahrscheinlich wirklich alles 3D gerenderte Gebäude sind. Hier kann man eindeutig erkennen, dass es mit Polygonen gemacht und eine Textur drauf geknallt. Also da braucht man nicht drüber diskutieren. Das kann man sehr gut erkennen. Bei dem Schloss hier sieht es noch relativ gut aus. Relativ wohlgemerkt. Aber hier sieht es halt wirklich nicht so schön aus. Vielleicht sieht es besser aus, wenn man näher reinzoomt. Dann ingame wird man ja nicht so weit weg sein mit der Kamera. Vielleicht sieht es dann ein bisschen besser aus. Aber ich kann es mir einfach nicht vorstellen, dass das hier gut aussieht. Okay. Next. Gut. Hier sieht man dann auch nochmal die Grafik. Genau. Und hier sieht man dann die Figuren. Und die finde ich tatsächlich hübsch. Ungelogen. Ich finde die hübsch. Aber passen überhaupt nicht zum Hintergrund. Guckt euch das an. Das passt ja mal so gar nicht zum Hintergrund. Also ich finde die Charakter sehr hübsch. Hier unten. Das sieht auch sehr 3D aus. Auf jeden Fall. Hier oben ebenso sieht aus wie 3D. Aber denke ich mal als 2D dann gerendert. Also vorgerendert. Ich denke mal nicht, dass die da 3D Figuren drüber laufen lassen. Wobei ich mir da auch nicht sicher bin. Ehrlich gesagt. Was ich mir wünschen würde, wäre Pixel Movement. Aber okay. Das hier sieht auf jeden Fall, wo man es dann auch ein bisschen größer sieht. Definitiv nach 3D aus. Finde ich jetzt aber auch nicht schlimm. Sieht relativ gut aus. Könnte 3D sein. Könnte aber auch 2D gezeichnet sein. Für mich sieht es persönlich aus wie 3D. Aber es sieht aus wie gutes 3D, finde ich. Aber passt halt überhaupt nicht zum Hintergrund. Das ist... Guckt euch die Fässer an. Die sehen so semi-realistisch aus. Und daneben so eine Anime-Figur. Schwierig. 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 Sehr schwierig. Entscheidet selbst. Ihr könnt es in die Kommentare schreiben. Eure Meinung. Bin sehr gespannt. Also wirklich. Sehr gespannt. Eure Meinung. Hier sieht man, denke ich mal, Kämpfer-Grafiken. Die sehen sehr hochwertig aus. Gefällt mir sehr. Da habe ich jetzt nichts auszusetzen. Ist man aber auch schon gewohnt von den anderen RPG-Makern. RPG-Maker MZ und MV. Die hatten auch sehr schöne Kämpfer-Grafiken. Man bekommt definitiv wieder sicherlich einiges an Ressourcen. Musik, Soundtrack, äh, Soundtrack, ja. Soundeffekte, etc. pp. Wird man sicherlich sehr viel bekommen. Und denke mal, auch das alte Zeug wieder verwenden dürfen. Von den alten RPG-Makern, wenn man da bereits welche hat. Gut, das waren alle. Screenshots. Und dann ist hier natürlich noch eine Liste. Mit Funktion. Da haben sie tatsächlich noch nicht so viel stehen. Ähm, Create RPGs without Coding. Ja, ähm, ganz normal über das Eventing-System. Wie man es aus der RPG-Maker-Serie bereits kennt. Ähm, zumindest klingt es danach. Ich hoffe, dass sie es ein bisschen überarbeiten. Aber da würde ich mich nicht drauf verlassen. Ähm, aber man wird auch natürlich mit der, äh, Unity-Engine arbeiten können. Unity's Powerful Features. Also wird man wahrscheinlich auch mit C-Sharp programmieren können. Was mir sehr gefällt. Das ist wahrscheinlich eine der besten Nachrichten. Mit C-Sharp zu arbeiten. Nicht mehr mit JavaScript. Ähm, für Programmierer natürlich sehr viel angenehmer. Finde ich persönlich. Ähm, jemand, der den ganzen Tag mit JavaScript arbeitet, der sieht das dann vielleicht anders. Aber egal. Also, das ist schon mal eine sehr, sehr gute Sache. Für mich. Ähm, Beautiful Resources to make compelling games. Meine englische Aussprache ist mega schlecht. Ähm, Beautiful, äh, 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 mehr muss ich dazu nicht sagen. Also, was daran Beautiful ist, I don't know. Ähm, aber ich sag's mal so, vielleicht gefällt's dem einen oder anderen. Und man kann ja eigene Grafiken verwenden. Das ist schon mal, schon mal klar. Da müssen wir nicht drüber reden. Enhanced Map Editor. Das sieht man eindeutig. Also, da braucht man nicht drüber diskutieren. Man kann eindeutig etwas dynamischere Maps direkt im Maker machen. Ohne Photoshop, ohne Gimp. Direkt im Maker wahrscheinlich. Und das finde ich sehr schön. Pre-Rendered Backgrounds. Also, auf gut Deutsch, äh, 3D-Szenen, die dann vorgerendert als Backgrounds verwendet werden. So kennt man's ja aus Final Fantasy VII. Das finde ich... An sich ist eine coole Sache. Aber, ähm, ja. Bringt ja nur was für Leute, die auch wirklich Verständnis von 3D haben. Das werden die wenigsten von euch sein. Ähm, objektorientiertes... Äh, objektorientierte Mapstruktur. Keine Ahnung, was damit direkt gemeint ist in dem Zusammenhang. Ähm, weil... Ich muss ehrlich sagen... Ich hab keine Ahnung. Ne, da muss ich wirklich sagen, da bin ich komplett raus. Vielleicht hat einer von euch eine Idee. Da möchte ich auch nicht ins Blaue raten. Das bringt mir jetzt relativ wenig und bringt euch ja auch nichts. Ähm... Ja, dann gibt es halt noch eine Database, wie man's aus dem RPG-Maker, äh, bis dato kennt. Ähm, ne Datenbank für die Characters, für die Klassen, für die Items, ähm, für die Skills, ähm, für die Animation, etc. pp. Das ist natürlich unbedingt wichtig, sonst, ähm, bringt das Ganze ja natürlich nichts. Also, eine Datenbank, wie man sie bereits, denke ich mal, von den alten RPG-Makeren kennt. So ähnlich, zumindest wird es geben. Ähm, hoffentlich noch ein bisschen verbessert, aber da freue ich mich auf jeden Fall drauf, ähm, dass dann auch sicherlich sehr viel vorgefertigte Skills und, ähm, Animation und Items, etc. pp. Dass das gibt, dass man nicht bei Null anfängt, das finde ich schon immer sehr gut. Für Anfänger, das finde ich immer sehr gut. Ähm, kommen wir zu den Systemanforderungen. Die sehen, ja, eigentlich sehr moderat aus. Also, da würde ich jetzt nicht sagen, dass das groß anders ist als beim MZ. Ich will auch gerne mal vergleichen. Ähm, bop, 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 bop. Der ist übrigens gerade 40% runtergesetzt. So wie alles an RPG-Makern derzeit runtergesetzt ist. Aber, ich weiß nicht, ob ihr jetzt noch einen RPG-Maker kaufen wollt, wenn demnächst ein neuer rauskommt. Äh, weg. So. Ähm, ja, die Mindestanforderungen, die sind relativ gleich. Arbeitsspeicher hier 8 GB. Arbeitsspeicher 8 GB. Ähm, Intel Core, äh, i3, ähm, 4340. Das ist genau der gleiche. Oh, ja, es sind die gleichen Anforderungen. Also, da ist wirklich nichts Neues. Ja, sind eigentlich die gleichen Anforderungen. Ja, eigentlich exakt die gleichen. Gut. Da hat sich dann dementsprechend nichts geändert. Und ihr könnt das, denke ich mal, auf eurem Rechner ganz normal nutzen. Jeder, der ein MV oder ein MZ hat, kann auch den hier benutzen. Das ist schon mal sehr gut, dass sich an der Leistung, äh, an der Leistung nichts geändert hat. Aber würde mich auch sehr wundern. Ich würde sogar behaupten, dass vielleicht die Unity Engine sogar noch ein bisschen performanter ist. Auf jeden Fall performanter als der MV beim MZ. Der ist ja noch performanter als der MV. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Aber ich denke auch, ja, sollte eigentlich kein Problem sein. Das sollte eigentlich in meinen Augen jetzt kein Problem sein, dass das Ganze noch ein bisschen performanter ist. Und mit C Sharp kann man dann auch mehr machen als Programmierer. Da wird sicherlich sehr viel cooles Zeug kommen. Gut, das war's soweit von mir. Es wird, es werden weitere News-Videos kommen. Es, also alles, was kommt, wird in Videos verpackt. Auf jeden Fall alle neuen News zu dem RPG-Maker. Es wird Tutorials geben, sobald der RPG-Maker draußen ist. Und, ähm, beim RPG-Maker im Set hatte ich eine kleine Verlosung damals gemacht. Ähm, da lasse ich mir auch was Cooles einfallen auf jeden Fall. Ähm, damals hatte ich die Boss-Challenge gemacht, wenn ihr euch erinnert. Und, ähm, hab dann den RPG-Maker im Set unter allen Teilnehmern verlost. Da lasse ich mir auch was Cooles einfallen und verlose dann wieder den RPG-Maker Unite an euch. Ich denke mal, das wird eine coole Sache. Und da machen wir was richtig Cooles dann. Und Tutorials, Livestreams, etc. pp. wird es zu RPG-Maker Unite geben. Aber, bevor hier die Ersten sagen, oh nein, nein! Ähm, es wird natürlich weiterhin RPG-Maker MV und RPG-Maker MZ-Content geben. Als der RPG-Maker MZ rauskam, habe ich ja auch weiter MV-Content gemacht. Und drauf geachtet, dass vieles auch beim RPG-Maker MV noch weiterhin funktioniert, was ich beim MZ zeige. Und ich denke mal, dass ich beides parallel laufen lasse. Erstmal noch RPG-Maker Unite und RPG-Maker MZ. Gut, das war's dann aber wirklich. Und ich sag Tschüss, lieb! Bis demnächst! Das war's dann! Let's have a idea! ich stolz!